Heyo Leute, es geht weiter mit Terraria und guckt mal, wir leben schon über eine Stunde, wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, wir jumpen auch direkt rein. Ich habe mir jetzt übrigens die alten Aufnahmen nochmal angeguckt, es gab tatsächlich bis jetzt drei Hardcore Seasons von mir. Alle auf Kürbis Clan, noch keine auf Bot Lucas. Und auch meine Tode habe ich mir nochmal angeguckt. Einmal im Kampf gestorben, einmal ersoffen und einmal durch eine Falle. Ist doch eigentlich gar keine so beschissene Quote, wie ich dachte. So, warte mal, was wollten wir denn eigentlich tun? Ich wollte mal gucken, ob ich einen Höhenforscher-Trank habe. Nein, habe ich nicht. Aber, aber, wir sollten den hier mal so als Notlösung mit reinnehmen. Denn ich versuche ja wirklich lange zu überleben dieses Mal und deswegen möchte ich mich auch möglichst weit absichern. Ja, was ist der Plan für heute? Wir versuchen nach wie vor an Gold, würde ich jetzt mal sagen, zu kommen. Oder Silber. Einfach um eine möglichst potente Rüstung zu kriegen. Denn ich habe jetzt einfach nochmal so ein bisschen mir eine Strategie überlegt. Wie machst du es am besten und so weiter. Und ich denke mal, dass wir am besten fahren, wenn wir eher auf Tankiness gehen. Schön die Verteidigung erhöhen. Komm mal hier in den Gang, lass mich nicht abhaust. Weil Angriff ist schön und gut, aber es bringt mir halt nichts, wenn ich den Gegnern ultra viel Schaden machen kann. Wenn die mich aber dann mit einem Angriff sezieren. So, hier wäre ich letztes Mal fast runtergefallen und gestorben. Da geht es noch weiter. Wie kann ich denn nochmal? Da ist die Map. Da waren wir letztes Mal. Ich würde sagen, wir wagen wir uns nochmal darüber und dann versuchen wir es mal in die Richtung. Ich meine, so mega weit unten waren wir auch noch nicht. Komm mal her. Puff. 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 Und tschüss. So, einmal die Fackel wieder hin. Okay, wir hatten also hier aufgehört. Da oben, oh, da ist ein Herz. Wie konnte ich das letzte Mal übersehen? Das erste Herz. Und jetzt sterbe ich auf dem Weg dahin durch eine Falle oder so. Irgendwas fällt von oben auf mich drauf. Weil immer wenn du denkst, ah, jetzt, jetzt, jetzt wird es gut und die Gier zuschlägt, dann bist du weg. Hey, aber ohne Scheiß, wie konnte ich denn dieses Herz das letzte Mal nicht sehen? So, wir bauen lieber mal den Boden ab, wegen eventueller Druckplatten. Mit denen musst du ja überall rechnen. Ich setz' euch mal eine Fackel, dass ihr auch sehen könnt, wie ich toll bin. Da hinten kommt ein Schleim, der ist mir jetzt aber gerade mal wurscht. Um den kümmern wir uns gleich, wenn er hier in den Gang kommt. So, überhaupt kein Problem. Boah, jetzt geht hier vorm Fenster gerade die Sonne richtig schön in Position und ballert mir richtig gut auf den Bildschirm. Das heißt, ich seh' grad gar nichts mehr. Aber wir bewegen uns noch in die richtige Richtung. So, auch hier baue ich jetzt mal den Boden ab, weil ich seh' jetzt leider wirklich gerade behaupten, ob da irgendwelche Druckplatten sein können. Yay! Ah, 20 Leben mehr. Gutes Gefühl. Jetzt setz' ich hier mal eine Fackel hin. Sonst ist hier jetzt aber zumindest nichts mehr zu sehen. Außer einer Maus. Aber die tut mir nichts, deswegen lass' ich in Ruhe. Ich mach' mal ganz kurz das Rollo ein bisschen runter. Eine Sekunde. Ist ganz schön eng hier. So. Gut, wer hat denn das? Jetzt seh' ich auch wieder ein bisschen mehr. Gehen wir nach da unten? Ich glaube nicht. Gehen wir nach da drüben? Ich glaube schon eher. Okay. Da ist ein Pilz. Ich weiß aber nicht, was für einer. Wollen wir den abbauen? Ich würde sagen, ja, oder? Ich gehe erstmal zumachen, dann bin ich ein bisschen ungestörter. So, ich sehe keine Druckplatte. Aber da oben habe ich irgendein Erz gesehen, da können wir uns mal eben hochgraben. Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Ähm. Nein, da wollen wir nicht lang. Stattdessen machen wir es so, denn die Gier ist ja allmächtig. Nein, was habe ich... Oh, kein Heiltrank. Ich wollte, das wollte ich ausrüsten. Ja. 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 So. Jetzt heißt es aufpassen. Wie machen wir das? Wir machen das so. Ich block das hier einfach alles mit Stein. Dann hole ich mir das Silber. Dann, weil ich ein Schisser bin, noch mehr Stein. Und jetzt müsste das eigentlich kein Problem mehr sein. Die zwei, drei einzelnen Erze, also da oben links, man sieht es jetzt so ganz leicht. Die verzichte ich jetzt mal dankend, weil das ist jetzt wirklich, das ist das Risiko nicht wert. Ich würde gerne weiter nach unten gehen, aber die Schwarzschleim und die Schleimmama, hm 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 hm. Schwierig. Aber wir können uns ja eigentlich, zumindest hier so reingraben. Dann können wir einfach uns an der Höhle, die da unten ist, entlang graben. Glack, klack, 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 klack. Tick, 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 tick... Vielleicht sollte ich bald mal auf eine schnellere Spitzhacke gehen, dass es einfach nicht so lange dauert. Da sieht es mir nochmal nach Höhle aus, Moment... Ja, mit Wasser. Hm. Gucken wir gleich mal. Ich mache gerade nochmal zwei, drei Fackeln. Was kann der denn eigentlich? Blau-gröner Farbstoff. Naja, brauche ich nicht. Gut, dann erstmal die Fackeln. Holz habe ich noch genug? Baust du mal den richtigen ab, bitte? Krass, ja. So, dann wollen wir hier einmal drüber, bitte. Ach so, das ist verbunden. Das sehe ich jetzt erst. Komme ich hier durch, ohne... Ohne, dass mir die Brühe dann hier rein drückt. Ja. So, mal wieder Licht machen hier. Ja, da wollte ich es eigentlich nicht hinhaben, aber ist ja auch egal. Wer will schon sehen können. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Was hat denn eigentlich das Schwert? Kritische Treffer-Chance. Deswegen ist es so hart hoff hier. 25% Schaden. Kann man schon mal dankend annehmen. Jetzt ist halt auch die Frage, ich habe ja erzählt, dass ich in meinem anderen, also in der anderen Welt mit dem anderen Charakter eine Silberspitzhacke gemacht hatte, weil ich dachte, damit könnte ich dann Dämonit abbauen. Das war dann aber im Endeffekt quasi eine Stufe zu schwach, ich hätte Gold gebraucht. Lohnt sich eine Silberspitzhacke für mich oder sollte ich wirklich erstmal komplett nur auf die Rüstung gehen? Weil ich glaube, das mit dem Abbauen... Nö, ist auch nichts. Das mit dem Abbauen macht eh erst ab Gold Sinn, weil ansonsten kann ich auch die Kupfer weiter benutzen. Abgesehen davon, dass es halt ein bisschen länger dauert. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ist da auch eine Höhle? Ne. Okay. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach rechts. Ein bisschen Licht. Und ein bisschen Licht. Und ein bisschen Licht. Jetzt bleibt sie stehen. Ha! Und jetzt kommt gleich von oben irgendein Monster-Mega-Mörder-Monster in meinen Schacht gefallen und ich bin tot. Weil ich habe meinen Fluchttrank, sofern der auch so funktioniert, wie ich mich erhoffe. Ich hätte wirklich gerne so einen Höhlenforscher-Trank. Weil ich das Gefühl habe, die gesamte Welt hat einfach keine Ärzte mehr. Ich habe schon alles gefunden. Und so irgendwelche so blöde Opale oder so, die will ich gerade gar nicht haben. Die bringen mir jetzt gerade eh noch nichts. Oder Amethyst. Mon dieu. Komme ich da hin? Uh! Wow! Kupfi! So, ich sehe hier schon eine kleine Tücke. Dann machen wir lieber mal so ein Brettchen hin, bevor wir hier nicht mehr rauskommen. So, das Kupfer wird eingesackt. Zur Not machen wir uns erstmal da irgendeine Billow-Rüstung raus. Und hier glitzert es auch noch. Aber ich will erstmal gucken, was da unten ist. Oho, Eisen. Nehmen wir. Wir wollen Eisen. Aber ich bin auch neugierig, was hier drüben ist. Moment. Und da unten leuchtet es schon wieder, aber das ist nur ne Qualle. Noch mehr Kupfer. Okay. Ich würde sagen, Eisen hat Priorität. Da kann ich eher was mit anfangen gerade. Ein kurzer Blick noch. Hier rüber. Da sieht es nämlich auch noch nach Höhle aus. Ne, ist nur ein kleines... Ein kleines Wasserreservoir. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr im Kopf, wie viel von den einzelnen Materialien ich schon in meiner Bude habe. Ob wir so langsam schon was draus machen können oder nicht. Schon wieder Shelly. Shelly macht mir Angst. Dr. Sheldon. So, wie kommen wir hier raus? Reicht das? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht.